Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich wollte euch heute mal wieder mitnehmen, ist ja schon ein bisschen länger her. Und ich dachte, ich nehme euch heute mit zu meinen Schwestern, denn wir haben heute mal wieder so einen kleinen Mädelstag. Wir haben es jetzt halb neun glaube ich und Lia ist gerade noch am Frühstücken. Ich habe meine Tabletten genommen, wir sind soweit beide fertig. Und wenn Lia jetzt aufgesessen hat, werden wir auch direkt losdüsen. Das ist übrigens der erste Vlog hier mit der neuen Kamera. Ich hoffe, es passt alles. Ich muss mich noch so ein bisschen einspielen, aber ich denke, das versteht ihr. Genau, so, ich bin auf jeden Fall fertig gemacht. Wir starten morgen in die 27. Woche. Es geht so krass schnell, diese Schwangerschaft. Echt Wahnsinn. Also ich habe irgendwie das Gefühl, sie verfliegt nur so. Genau, wie gesagt, wenn Lia jetzt fertig gefrühstückt hat, dann fahren wir auch direkt los. Ich habe schon alles gepackt und habe alles vorbereitet. Also wir brauchen eigentlich nur noch ins Auto und los. Hier seht ihr auch noch mein kleines Bauch-Update. So sieht der Bauch gerade aus. Ich habe eine Umstands-Jeans an von H&M. Und so ein Umstands-Shirt auch von H&M. So sieht der Bauch gerade aus ohne Frühstück. Genau, also echt schon voll die mega-riesen-Kugel. Ich muss mal den Umfang messen. Ich gucke gleich mal, ob ich ein Maßband habe. Das würde mich total interessieren. Genau, darüber einfach ein Cardigan, weil ich friere total in dieser Schwangerschaft. Das ist total verrückt, aber mir ist irgendwie voll kalt immer. Ja, und ich finde, der Bauch geht so spitz nach vorne. Also es ist so, ich weiß nicht, so eine Spitze hier vorne. Ja, und sonst aber alles gut. Baby ist richtig kräftig aktiv. Und ja, gibt Bescheid, wenn sie wach ist. Und ich stecke natürlich voll in Vorbereitung für das Baby. Hier stehen die Kisten, die eigentlich immer da oben stehen, wieder auf dem Boden. Weil, ja, ich wieder alles durchsortiert habe und irgendwie jeden Tag da am Umräumen bin. Und ja, Nestbautrieb lässt grüßen. Und ich habe super, super schöne Sachen bei Vinted gekauft für die kleinen Babymaus. Weil ich hatte ja fast gar nichts Rosanes mehr. Und ich wollte schon so ein bisschen rosa, wenn man denn noch ein Mädchen bekommt. Und da sind echt richtig schöne Sachen dabei. Also hier seht ihr so einen kleinen Einblick. Richtig süße Bodys. Die sind meistens, die sind aber schon ein bisschen größer. Aber hier habe ich noch ein paar kleine Sachen. 50er Bodys. So richtig, richtig mini. Echt Wahnsinn. Aber die 50er Bodys hat Lia so lange getragen. Und ich hatte viel zu wenig, weil Lia ja so ein richtiges Spuckbaby war. Und ich hatte einfach viel zu wenig. Deswegen habe ich diesmal ein bisschen aufgestockt. Wie viel ich genau habe, weiß ich gar nicht. Aber das werde ich auch mal jetzt die nächsten Tage durchgehen. Und dann mal gucken. Ja, aber brauchen tun wir definitiv nichts mehr. Hier seht ihr das nochmal. Also das hier sind diese ganz kleinen Bodys. Ich finde das so niedlich. Richtig, richtig süß. Und hier habe ich auch noch was für Lia. Noch was Neues. Und hier sind noch mehr kleine Bodys. Da stehe ich ja total drauf. Hier zum Beispiel auf diese Gerippten. Och, das ist so niedlich, ne? Schaut mal. Ein bisschen gerippt. Richtig schön. Auch schon in 56. 56 hat Lia auch monatelang getragen. Ich glaube mit drei Monaten. Und vier Monaten hat er sie immer noch 56 an. Also das ist echt Wahnsinn, dass die so lange klein blieb. Weil jetzt bei meinen Cousins, äh, bei meinen Neppen, bei Lias Cousins geht das so schnell. Hier habe ich auch nochmal einen Noppis-Oberteil gekauft. Das ist alles gebraucht. Also ich habe fast gar nichts neu gekauft. Und 62 liebe die Noppis-Sachen. Und ich finde die einfach so schön. Und die sitzen so gut und haben eine echt tolle Qualität. Auch wenn die ein bisschen teurer sind. Da habe ich hier unten zum Beispiel auch noch ein Set. Ich zeige euch das noch kurz danach. Habe ich euch genug voll gespammt hier mit Babysachen. Einmal so ein Pullover. Und dann habe ich dieses Set hier mitgenommen. Oh, wo ist denn jetzt die Hose hin? Huch, wo ist denn jetzt die Hose? Eigentlich gehört da noch eine Hose zu. Hier ist sie. Tada. Genau, das ist ein 56. Genau, einmal so eine Hose. Passender Pullover. Dieser Pullover hier ist schon ein 62. Aber ich denke, den kann sie auch locker mit der Hose hier zusammen anziehen. Weil bei Lias, was auch immer so zu den Hosen, auch immer eine Nummer kleiner getragen hat. Na gut, jetzt mit den Stoffbindeln müssen wir natürlich schauen, wie das ist. Aber genau, das ist auf jeden Fall so eine kleine Baby-Ausstattung hier. Und da sind auf jeden Fall richtig süße Sachen bei. Was wir auch unbedingt brauchten. Waren so kleine Mützchen hier. Weil da hatten wir bei Lias schon viel zu wenig. Und deswegen habe ich hier nochmal so ganz kleine Erstlingsmützen mitgenommen. Weil die brauchen sie natürlich am Anfang auch richtig, richtig häufig noch. Und einen Schlafsack habe ich auch noch mitgenommen. Das war natürlich ein mega Schnäppchen. Genau, und hier sind wie gesagt die ganzen Kisten. Oh, einen wurde ich hier runtergefallen. Hier sind die ganzen Kisten. Das ist nicht alles Baby-Kram. Das ist auch von Lias noch was. Also was Lias noch... Das ist zum Beispiel Lias Kiste. Da sind Sachen drin, die halt eben noch zu groß sind. Und hier sind zum Beispiel nur Decken und sowas drinne. Hier oben. Und die Maxi-Cosi-Einschlagdecke und sowas. Und dann beginnt das hier unten mit den 50er-Sachen. Hier sind aber auch Sachen drin. Die haben wir gerade bei Lias aussortiert. Also es ist alles so 80, 86, was dann die kleine Maus irgendwann anziehen wird. Was wir auf jeden Fall nicht abgeben wollen. Hier unten sind auch noch ganz kleine Sachen drin. Also diese beiden Sachen sind klein. Und die beiden Kisten sind für größer schon. Das ist zum Beispiel auch 74 hier. So, jetzt habe ich euch genug voll gespammt. Wir werden jetzt runterdüsen zu Lias. Und dann werden wir losfahren. So, meine Lieben. Wir sind bei meiner kleinen Schwester angekommen. Die werden wir jetzt kurz einsammeln. Und dann werden wir weiterdüsen. Ihr Freund holt jetzt gleich noch schnell eine Küchenmaschine aus meinem Auto raus. Die ist mir ein bisschen zu schwer, die hochzutragen. Deswegen warte ich gerade auf ihn. Die habe ich nämlich meiner Schwester überlassen, weil ich sie einfach gar nicht benutze. Und die wollten sich sowieso eine anschaffen. Und da hat es ja gepasst. Schauen wir mal, wann die kommen. Und dann geht es los. Ich muss auf jeden Fall auch noch frühstücken. Ich habe noch gar nichts gegessen. Lia hat ja schon gegessen. Aber ich werde mir auf jeden Fall noch schnell was holen beim Bäcker. Und Lia ist schon ganz ungeduldig. Lia, wo willst du hin? Bist du fest? Willst du raus? Ja, wir müssen doch gleich zu Dani fahren noch. Oh, zieh mir raus. So, mein Lieben. Wir sind bei meiner Schwester angekommen. Ich habe die Malis eingeladen. Die stillt aber grauenzeitig die Kamera umgedreht. Lia spielt im Bällebad. Und der Nils wird gerade gewickelt. Gerade schon auf Instagram gesagt, die ganze Zeit ist hier irgendein Kind voll. Irgendwie wird die ganze Zeit nur gewickelt. Jetzt müssten wir langsam mal durch sein. Ach nee, einer fehlt noch. Emilio darf noch abladen heute. Oh, Lia, bist du weg? Bist du weg? Ah, da bist sie ja! Versteckt sich im Bällebad mit ihren Körben. Zeig ich euch gleich. Haha, guck, guck. Ich sehe dich. Hallo! So, wartet. Da versteckt sich die Motte. Da versteckt sich die Motte. Hahaha. Mit den Körben hier drin? Hast du gar keinen Platz mehr, Schatz. Mit den Körben hier drin. Hm? So besser? Nein, nein, nein. Oh, soll die wieder rein? Bitte. So, mein Lieben, wir haben den nächsten Tag. Es ist Samstag bei uns. Und wir sind heute zum Geburtstag eingeladen. Aber den Vormittag wollte ich noch verbringen und euch erstens mitnehmen und zweitens meine To-Do-Lüsse natürlich wieder abarbeiten. Da steht wieder einiges an. Aber ich nehme euch da mit. Und genau, die Kleine schläft noch. Total komisch, weil wir haben es schon gleich 9 Uhr. Ich bin mega erschrocken und ja, warte jetzt eigentlich nur die ganze Zeit und fange so langsam an, mal ein paar Sachen zu erledigen. Ähm, natürlich nichts Großes, weil wenn sie wach wird, dann wird sie weinen. Das weiß ich, weil ich nicht mehr da bin. Und dementsprechend, ja, möchte ich jetzt nichts Großes anfangen. Aber ein paar Kleinigkeiten erledige ich schon. Ich habe gerade ein Babybauchfoto gemacht für die 26. Woche, denn heute ist Start in die 27. Woche. Und genau, da mache ich ja immer ein Foto für Instagram. Bei Instagram könnt ihr übrigens gerne vorbeischauen. Ist immer in der Infobox verlinkt. Genau, und dann habe ich mich jetzt gerade fertig gemacht, angezogen und alles und warte auf die Kleine, dass wir frühstücken können, weil ich habe schon echt Hunger. Ich habe meine Tabletten auch schon genommen. Und ich wollte euch noch was richtig Süßes zeigen. Das habe ich gerade schon auf Instagram gezeigt. Ähm, ich bin so verliebt. Es ist so süß. Und für die Kleine habe ich auch noch etwas, was ich euch zeigen wollte. Und das habe ich jetzt gerade auch schon rausgelostet. Das wird ihr heutiges Outfit. Ich freue mich schon eine ganze Zeit, bis ich es endlich anziehen kann. Und zwar diesen süßen Overall hier. Ich bin so verliebt. Der hat so richtig lange Bündchen. Also die kann man so krempeln. Richtig schön. Und Täschchen. Und das allerbeste ist diese Mütze hier mit den Öhrchen und hier mit den Punkten. Und auf der Rückseite sind auch noch ein paar Punkte, so ein paar Rehpunkte. Ich bin so verliebt. Das ist so süß. Der sind 62, 68. Also jetzt für die Kleine Maus, für den Winter, Frühling nachher. Und innen habe ich mich hier für so ein richtig schönes Futter entschieden. Das kann man natürlich alles selber wählen. Aber ich fand das hier total süß und total passend zu dem Reh. Richtig süß. So, dadurch verlinke ich das in der Infobox. Das ist nämlich ein richtig cooler Shop. Und zwar ist es ein Shop, wo ganz, ganz viele Handmade-Shops zusammen sind. Also es sind ganz, ganz viele Mamas. Die haben selber ihre kleinen Instagram-Shops. Und bei Kinderfloh sind die alle sozusagen zusammen. Und ihr könnt also bei ganz vielen verschiedenen Mamas bestellen auf einmal. Richtig, richtig coole Idee, finde ich das. Und als ich das gesehen habe, war ich mega überrascht. Also da könnt ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Diesen Shop mit dem Overall verlinkt euch natürlich auch eins mit in der Infobox, damit ihr da auch nochmal vorbeischauen könnt. Aber schaut auf jeden Fall mal bei Kinderfloh vorbei, weil wie gesagt, da sind eben alle Shops zusammen vertreten. Ich finde das ein mega cooles System. Denn dann kann man eben bei mehreren Handmade-Shops auf einmal bestellen. Und das ist halt immer nur eine Bestellung und nicht da bestelle ich das und da bestelle ich das. Und ja, mega cool. Und wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Also ich war total überrascht. Und bin mehr als zufrieden, dass ich das entdeckt habe. Denn Lias Pullover, den sie heute anbekommen hat, ist von einem anderen Shop, von einer anderen Mama genäht. Aber eben auch von Kinderfloh. Also ich finde das System mega cool. Wie gesagt, ich verlinke euch das alles in der Infobox. Dann könnt ihr da mal schauen. Und ich zeige euch natürlich auch gleich Lias Outfits. Habe ich mich, wie gesagt, schon rausgesucht für sie. Und auch schon hergerichtet mit einer passenden Hose und sowas. Ich bin sehr gespannt, wie sie daran aussieht, weil sie den Pullover noch gar nicht anhatte. Aber ich denke, das würde richtig süß aussehen. Und hier seht ihr, es kam richtig viel Post gestern noch an. Hier seht ihr das. Aber gestern Abend hatten wir einfach gar keine Zeit, mehr das auszupacken, als wir wiedergekommen sind. Und dementsprechend steht das hier alles noch. Aber ich packe es jetzt noch nicht aus, weil Lia freut sich immer mega auf Post. Und genau, deswegen warte ich da, bis sie wach ist. Und dann packen wir das hier zusammen aus. Da sind bestimmt auch noch ein paar Babysachen bei von Vinted. Da warte ich nämlich noch auf einige Sachen. Und dann zeige ich euch da auch noch was, was da drin ist. Hier liegt meine To-Do-Liste, was ich noch so zu tun habe. Und den Overall werde ich jetzt schon mal nach oben bringen. Und dann werde ich Frühstück vorbereiten schon. Hallo Bibi! Na, komm mal her. Hallo mein Schatz. Hallo. Aua. Fuß. Hast du ein Fuß Aua? Ja. Oh nein, warum das denn? Hast du dich gestoßen gerade beim Aufstehen? Ja. Oh nein. Na, Mama hat sich gestoßen. Mama hat sich gestoßen, Mama war gar nicht da. Da kann Mama dich gar nicht stoßen. Nassi ist auch nicht da. Der schläft doch heute woanders, Schatz. Nassi ist auch nicht da. Nee, der schläft doch heute woanders. So. Sie will einmal kurz gucken. Ähm. Genau, sie hat noch das Outfit von gestern an. Oh, tut das überbelichtet. Im Moment. Weil wir sie gestern Abend, als sie im Auto eingeschlafen ist, einfach nach oben gebracht haben bei uns ins Bett. Und dann ist sie da weiter, also hat sie weiter geschlafen. Dementsprechend hat sie noch das Outfit von gestern an. Ähm. Genau, aber ich werde sie jetzt gleich fertig machen. Ich will mich frisch machen. So. Jetzt einmal kurz hier in Lias Zimmer. Und wollte euch ihr Outfit zeigen. Und wenn es, wenn ich nachher, wenn ich nachher meine To-Do-Liste abgearbeitet habe und noch Zeit habe. Lia, wartest du einmal kurz, Schatzi? Dann wollte ich noch die Babysachen durchgehen. Und zwar so die Kisten packen. Die stehen ja hier noch. Ähm. Dass sie wieder auf den Schrank können. Das können sie nämlich gerade noch nicht, weil erstens liegt ja ganz viel oben drauf. Zweitens steht unten noch ganz, ganz viele Winterpakete. Habt ihr ja gerade gesehen. Ähm. Und da muss ich einmal alles durchgucken, was wir jetzt an Babysachen haben. Und ja. Deswegen, ähm, genau. Wollte ich das einmal alles durchgehen, nachher alles sortieren. Und dann kann Felix hier heute Abend wieder oben auf den Schrank tun. Dann ist das nämlich schon mal abgehakt. Dann habe ich so die Babyerstattung, ähm, fertig sozusagen. Und genau. Jetzt werde ich jetzt mal Lia umziehen und wickeln. Die Windel stinkt nämlich. So, ich wollte euch einmal das Outfit zeigen. Kleine Maser, nämlich diesen Pullover hier neu. Und der ist eben auch wieder von einer Mama genäht. Wie gesagt, aber kommt von Kinderfloh. Der ist nämlich von Villa Knuddelbunt. Aber wie gesagt, ich verlinke euch das in der Infobox. Der ist auch richtig süß. Hier mit dem Regenbogen. Und der ist so einen richtig weichen Stoff. Er ist richtig schön kuschelig. Bin total verliebt. Den bekommt ihr, wie gesagt, gleich an. Und passend dazu habe ich ihr so eine Mouselinhose rausgesucht. Ich denke, das könnte ganz süß aussehen. Auch wenn es hier nicht derselbe großer Ton ist. Aber ich denke, das passt ganz gut. Und dazu gibt es eine Wollwindel. Denn ich bin sehr, sehr begeistert gerade schon wieder von Wollwindeln. Lia hat im Moment total Probleme mit Ausschlag am Poushi. Und deswegen habe ich mit einem Wollwindel Shop geschrieben. Und zwar Windelherz. Da sind auch diese Windeln hierher. Verlinke ich euch auch in der Infobox, falls da Fragen sind. Ähm, genau. Und sie hatte mir gesagt, dass Wollwindeln eben noch ein bisschen mehr atmen als die normalen Stoffwindeln. Und dementsprechend habe ich jetzt, ja, mir ein paar Wollwindeln noch besorgt. Einige wissen vielleicht, dass wir bei Lia schon mit Wolle gewickelt haben. Aber da hat das Ganze überhaupt nicht funktioniert. Weil jedes Mal, wenn sie ihr großes Geschäft gemacht hat, war alles voll mit dem großen Geschäft. Also auch die Ränder und alles von der Windel. Und bei Wollwindeln ist es ja so, wenn man die wäscht, muss man sie dann auch wieder neu fetten. Und das ist ein mega Aufwand immer gewesen. Weil man nach Eimertragen halt die komplette Windel waschen muss. Und das ist ja auch nicht so gut für die Wollwindeln. Aber jetzt klappt es richtig gut. Also ich musste noch keine Windel waschen, wegen Stuhlgang. Also mega, mega gut. Und am Purschi wird es auch schon besser. Genau. Und deswegen wickeln wir jetzt ganz, ganz viel mit Wolle. Das Problem bei den Wollwindeln ist, dass die bei Lia nicht so lange halten. Ähm, also nach zwei Stunden ist da Schluss. Da muss gewickelt werden. Und der normale Stoffbündel hält bei Lia schon an die vier Stunden. Und genau, da muss man eben darauf achten, dass man da immer regelmäßig wechselt. Ähm, bei denen ist jetzt auch noch das Problem, dass die noch neu sind. Und ich habe die jetzt zweimal gefettet. Aber so richtig dicht sind die noch nicht. Aber das ändert sich halt beim nächsten Mal fetten auf jeden Fall noch. Und dann halten sie vielleicht auch ein bisschen länger. Und man muss sich da auch noch so ein bisschen reinfuchsen, was so die Einlagen betrifft. Also ich habe jetzt hier zwei Einlagen drinne. Weil die einfach am besten da reinpassen. Aber da können natürlich auch Prefolds rein. Und Prefolds saugen auch wieder mehr. Da muss man sich wieder reinfuchsen. Das ist so ein Thema. Aber ich habe mir auf jeden Fall noch ein paar Wollwindeln bestellt. Und auch für Baby Nummer zwei habe ich schon ein paar in der Newborngröße. Da bin ich sehr gespannt, weil da ist der Muttermilchstuhl ja richtig flüssig. Mal gucken, wie das da sein wird. Aber sonst an sich bin ich von dem System Wollwindeln wirklich mega begeistert. Genau, das wollte ich euch noch kurz einmal sagen. Und genau, denn die Windel bekommst du eben gleich an. Das habe ich hier auch schon als hergerichtet. Und dann werde ich sie jetzt mal umziehen. Und fertig machen für den Tag. Und dann unbedingt frühstücken, wenn mein Magen knurrt die ganze Zeit schon. Und hier unten wartet auch noch ein Korb und Wäsche. Und eine Waschmaschine muss ich auch unbedingt noch anmachen. Also heute seht ihr, der Tag ist voll. Obwohl ich nur einen halben Tag habe. Aber die Waschmaschine läuft ja alleine sozusagen. Das ist für mich immer keine Arbeit, die kurz voll zu machen. Und dann läuft die alleine. Ja, so, jetzt würde ich sagen, sammle ich mein Kind mal schnell ein. Die ist im Bad. Und dann, naja, geht's los. Hier sind wir jetzt zu Hause. Wir hatten einen sehr stressigen Vormittag. Nämlich, mal liab auf dich. Nämlich, habe ich die ganzen Sachen von Vinted, die ich verkauft habe, eingepackt. Und jetzt verschickt auch noch. Und da die Post am Wochenende ja nur bis 12 Uhr auf hat, ja, habe ich ganz schön Stress gehabt. Und es hat aber alles ganz gut geklappt. Wir waren jetzt gerade noch kurz bei Lidl. Haben ein paar Sachen noch gekauft. Und ja, jetzt sind wir wieder zu Hause. Und jetzt muss ich noch ganz, ganz schnell etwas für das Geschenk von dem, also für das Geburtstagskind machen. Und dann, ja, muss ich noch ganz kurz eine Sache von meiner To-Do-Liste machen. Und dann können wir zum Geburtstag fahren. Und dann müssen wir auch schon zum Geburtstag fahren. Weil dann ist auch schon Zeit, zum Geburtstag zu fahren. Genau. Jetzt mache ich das hier kurz fertig am Laptop, was ich noch machen muss. Und dann, ja, geht's an meine To-Do-Liste weiter. Wir essen jetzt. Es gibt einfach ganz schnell Hühnerfrikassee und dann fahren wir los. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.